Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zur neuen Ausgabe von REaktuell, dem Wochenmagazin auf RE1 TV. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Themen haben wir diese Woche für euch. Wir haben das Pressegespräch des psychosozialen Krisendienstes Tirol besucht. Wir waren bei der Einweihung des Sternenkindergrabs in Elbigenalp dabei. Und wir zeigen euch die erste Folge unserer Kurzfilmreihe RE Animation. Und natürlich hat Michi Auer die aktuellen News im Wochenblick zusammengefasst. Der psychosoziale Krisendienst Tirol bietet seit 2020 eine kostenfreie, schnell verfügbare und professionelle telefonische Unterstützung für Menschen in akuten Krisensituationen. Wir waren beim Pressegespräch in den Räumlichkeiten der Suchthilfe Reuthe dabei und haben uns über den aktuellen Stand dieser Einrichtung informiert.